Mehr als eine Woche nach den tödlichen Waldbränden in Mati beschränkt sich die Suche nach Vermissten auf das Meer. Denn bei ihrer Flucht haben viele versucht den Flammen über das Wasser zu entkommen, doch nicht alle haben es geschafft. Seit dem ersten Tag des Feuers sind diese freiwilligen Helfer im Einsatz. Sie sehen es als ihre Pflicht an Reichen aus dem Meer zu bergen. Diese freiwilligen Taucher sind gut geschult. Nicht wenige von ihnen haben auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Sommer 2015 bei der Rettung und Bergung von Menschen um die Insel Lesbos geholfen. Rettungsschwimmer tauchen täglich 5 bis 7 Stunden im Wasser. Wir suchen nach vermissten Personen. Heute, wie sie sehen, hilft uns Alexis Alexio mit einer speziellen Drohne für die Suche unter Wasser. Wir tun alles, um den Familien der Opfer wenigstens etwas Frieden zu geben, indem wir die Körper ihrer Verwandten oder Freunde finden. Wir versuchen unsere Mission bestmöglich zu erfüllen. In den vergangenen 24 Stunden konnten sie zwei Leichen bergen. Insgesamt sind im betroffenen Gebiet bisher acht Tote gefunden worden.